So, Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Pokémon Sierra in der letzten Folge sind wir hier in diese Sandsteinhöhle rein spaziert. So, einfach als ziviles Team Rocket Mitglied. Und wollten Regirock mal Hallo sagen. Aber wir müssen es anscheinend erst suchen, weil es ganz unten in der Höhle ist. Und hier sind ganz viele Wanderer, die sich so meinen, äh, je mehr Kack-Pokémon, desto besser. Und ich bin so, ich sollte auch für einen Krabhammer einzusetzen, wenn ein Surfer dir auch one-hitted und eine höhere Genauigkeit hat. Nein, und ich so, ich, ich, ich hab grad aus Versehen den Knopf gespammt, das tut mir leid. Äh, und ich so, Junge, dein Team ist auch scheiße, auch wenn du sechsmal Karpador benutzt. Das macht dein Team nicht besser. Aber, äh, ja, die NPCs lernen es wohl nie. Dass ein starkes Pokémon besser ist, als viele schwache. Vor allem macht es die Kämpfe ja auch viel spannender. Ich mein, ich hab lieber einen taktischen Kampf eins gegen eins. Als irgendwie, ähm, wie jetzt, wo ich einfach nur den Button mash und hier eins gegen vier reingehe. Okay. Und Sachen mach. Ja, ja, das fasst ganz gut zusammen, glaub ich. Und Sachen mach, ja, ähm. Er hat noch ein Pokémon, gell? Ja. So, hier würde ich aber nochmal den Krabhammer benutzen, einfach weil ich nicht weiß, dass, ob ein Surfer reicht. Und es trifft glücklicherweise auch. Sehr gut. Dann haben wir das auch hinter uns gebracht. Es sieht so aus, als ob du dich selbst unter Kontrolle hättest. Und weiter. Ja, bitte noch ein Schutz. Ich mein, es ist, äh... Gibt's hier vielleicht irgendwelche... Moment, hab ich nicht die Angel auf Select? Und wenn doch, warum kann ich die Angel nicht benutzen? Hier ist Wasser. Ich kann hier auch nicht surfen. Okay. Ob das so gewollt ist? Ja, ich weiß ja nicht. Ah, ich hab ein paar seltsame Menschen da vorne gesehen. Ich frag mich, was sie wohl tun. Das kann ich dir sagen, mein Freund. Und wir machen ganz legale, überhaupt nicht illegale Sachen, die überhaupt nicht das Gesetz brechen, weil wir sind ganz lieb. Und so. Ähm. Hier hätte ich tatsächlich gern ein anderes Pokémon vorne. Zum Beispiel... Ähm. Ähm. Ich weiß es nicht, was ich hier gerne vorne hätte. Auf jeden Fall nicht Kelpo, weil Kelpo grad etwas auf den Sack kriegt. Was tatsächlich zugesehen etwas unschön ist. Ein... Evoli... Kann eins... Von unserem Pokémon kann leider keins Kampf attacken, ne? Ähm. Ach komm, Vogel, du machst das. Ich glaub an dich. In Vogel we trust. Wisst ihr ja mittlerweile. Ah, das war ein ganz guter Schaden, doch. Wish ist Wunschtraum, glaube ich. Bringt zum Glück jetzt nix und, äh, bis in drei Runden oder so steht Evoli nicht mehr. Und Nelson auch nicht. Autsch! Ja, hab ich dir ganz schön wehgetan, gell? Siehst du? So, deswegen, deswegen tut man anderen Leuten nicht weh. Du hast aber wieder Gesteins-Pokémon, ne? Deswegen wechsle ich auf das vordere Pokémon gar nicht. Ich hab Rocktypen... Also, also Gesteins-Typen von überall auf Celia gesammelt. Ein Boulder. Das haben wir ja auch. Mir fällt jetzt grad auf, kann es sein? Das Boulder, den Ruf von... Ah, von dem ist denn der Ruf? Aber irgendein Ruf einfach zweimal genommen ist? Ich muss mal mehr drauf achten. Ich achte nie auf den Ruf. Und ein, ähm... Rockhara. Ich hab das... Ich hab dieses Pokémon im Spiel tatsächlich nie wahrgenommen. Es hat wohl eine mega gute Verteidigung, wie es aussieht. Ach, Schutzschild. Ich hab Rockhara im Spiel nie wahrgenommen, bis es im Sammelkartenspiel zu essentiell geworden ist. Weil Rockhara hat den Fakt für die, die das Sammelkartenspiel, die sich ein bisschen damit auskennen, Rockhara hat halt den Fakt, dass es, äh, überhaupt keinen Schaden und überhaupt keine Effekte von Pokémon EX kriegen kann. Was halt schon ein ziemlich starker Counter gegen EX-lastige Decks ist. Äh, was ist Slash? Schlitzer, ne? Ja. Äh, Biss brauchen wir ja nicht mehr. Ah, grad weil es ein ziemlich starkes Kampf-Pokémon auch als... Also als Karte ist es jetzt nicht so übertrieben stark, aber dafür braucht es wenig Energien. Und es ist eigentlich relativ effizient und... ...ist ein ganz guter Start, da viele mit EX-Pokémon starten. So, egal. Genug vom Kartenspiel. Äh, bleibt hinten. Ah, ein weiterer Stabdynamit sollte reichen. Sieht so aus, als ob die Wand kurz davor ist, zusammenzubrechen. Boom! Ach, das hat er gar nicht gesagt. Das war, das war der, der, der... Äh, Explosionseffekt. Moment. Boom! Äh, gute Arbeit. Wir haben es gefunden. Los, einrücken. Da, Roto, du bist angekommen. Wenn unsere Berechnungen richtig sind, liegt vor uns Riggi Rocks Höhle. Äh, du solltest... Du solltest mir folgen und mir, äh, Rückendeckung geben, falls es nötig ist. Los! Okay, da ist noch mehr Team Rocket. Da ist es. Ah, es ist hier, genau wie wir erwartet haben. Und bald wird es uns gehören. Ah, anhalten. Ich bin hier, um die Kriminellen aufzuhalten. Oh, es sieht so aus, als ob wir einen Besucher hätten. Daru, lenk ihn ab, während ich Riggi Rock bekämpfe... Äh, während ich Riggi Rock fange. Oh, du bist auch einer von seinen... ...gehirngewaschenen... ...äh, Zombies. Ah, ich werde dich ausschalten. Wer bist du denn? Warum hast du keinen eigenen Sprite? Du hattest gerade eben blonde Haare und auf der Animation hattest du... ...lila Haare. Mensch, Aaron, kannst du dich mal entscheiden, Aaron? Aaron, das ist nicht cool. Ah, ich muss beten, dass Krab... Okay. Durchkommt. Wow. Das war kaum knapp. Gute Arbeit, Kelpo, meine ich. Das hast du gut gemacht. Und nicht nur durch Glück überlebt und so. Ripwine ist... Ähm... Ding, wie heißt's? Äh, die Verentwicklung von Gewaltrow, glaub ich. Ähm... Reptain. Oder? Nee. Holy shit, was bist du? Und warum bist du so gruselig? Warum hab ich Rocky eingesetzt? Ich wollte Rauper einsetzen. Ähm... Rapwine, du bist... Okay, deine Vorentwicklung ist gruseliger, aber... Stimmt, Reptain heißt im Englischen auch Reptain. Aber du machst mir trotzdem Angst. Ich will mal ganz kurz gucken, was du so... Okay. Wie gesagt, Rocky hat keine gute Verteidigung. Ich wollte eigentlich... Ähm... Naja, wie auch immer. Äh, Flammenwurf. Oder wir kriegen erstmal ein... Ding ins Gesicht. Ih, wir haben sein Ding ins Gesicht gekriegt. Nein, ähm... Ich weiß nicht, wie die Attacke heißt. Hier sind viele Attacken, die ich nicht kenne. Also, ich kenne die Attacken, aber ich weiß nicht, wie sie im Deutschen heißen. Ah, Schwalboss. Können wir Waffels einsetzen? Wie gesagt, ich finde, wir haben mittlerweile ein ganz gutes Team. Also, es gibt wenige Typen, gegen die wir echt Probleme haben. Ah, Doppelteam. Doppelteam ist ärgerlich. Doppelteam muss echt nicht sein. Ähm... Reicht, das wird nicht reichen, oder? Oh, schade, wie knapp. Ah, er hat eben einen Hypertrank. Okay. Los. Alle, alle. Crit, 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 Crit. Komm, kommt, macht mit. Crit, Crit, Crit. Okay, ich, äh... Komm, ich komme hier gerade etwas doof vor. Wenn komme ich wieder zu sitzen und Crit, Crit, Crit zu rufen. Was ich ganz ehrlich zugehe. Oh, weil ich aufgehört habe, hat es nicht geklappt. Sag mal, wie viel... Jetzt Tom kommt ja mit der Top-Genesung. Mensch, Mensch, Mensch. Du lernst es nicht. Aber jetzt stellt euch mal vor, ich... Stellt euch mal vor, ich hatte keine Attacke, die so viel Schaden macht. Und ich müsste es immer so mit 10 Attacken so runterziehen. Und dann kommt wieder der Hypertrank. Und dann kommt wieder die Top-Genesung. Und dann kommt wieder der Hypertrank. Und willst du eigentlich noch öfter ein scheiß Doppelteam einsetzen, das ich überhaupt nicht mehr treffe? Meine Fresse, was... Das war übrigens... Ein Zensurgeräusch. Sag mal. Okay, Leute, ich lehne mich jetzt zurück und werde den A-Knopf maschen. In der Hoffnung, dass... Wir irgendwann nochmal treffen. Wehe, er benutzt jetzt noch ein... Danke! Da ist er. Habt ihr das gesehen? So macht man das. Und... Ele wollte ich. Rocky ist leider down. Mal schauen, was Leafy dagegen... Anrichten kann. Das könnte jetzt... Etwas problematisch werden. Ich würde das Ganze etwas taktisch angehen. Er hat ja zum Glück keine Tränke mehr. Und, äh... Ich haue erstmal das Gift raus. Jetzt kommt die Spezialverteidigung. Müssen wir halt leider physisch angreifen. Ah, haben wir was physisch? Ist Blütentanz physisch? Wir werden gleich sehen, ob es Schaden macht oder nicht. Nein, es ist nicht physisch. Schön. Was? Äh... Das ist zwar nicht viel Schaden. Aber! Das Gift tut seine Dings. Erfüllt seinen Zweck. Das wollte ich sagen. Ah, und der nächste Crit. In dem Hack kommen verdammt viele Crits vor. Kann es sein. Ja, Level Up für Waffles. Sehr geil. Und Level Up für Leafy. Super geil. Und Aaron ist besiegt. Nein. Ich konnte es nicht tun. Ah, es tut mir... Äh, ich befürchte, dass du versagt hast. Ich würde vorschlagen, dass du die Höhle jetzt verlässt. Ah, ihr denkt, ihr könnt damit davon kommen, aber... Das werdet ihr nicht. Sehr gut, Daru. Ah, leider wurden wir unterbrochen, aber du hast, äh, uns Rückendeckung gegeben. Genau wie ich es, äh, gewollt habe. Rikiro gehört jetzt uns. Wir werden uns jetzt zurück zur Basis begeben. Wir brauchen etwas Zeit, um uns vorzubereiten, aber wenn wir einmal bereit sind, werde ich dich, äh, anrufen, um zu kommen. Ähm, hier. Ich, äh, werde meine Nummer in deinen Extransever einspeichern. Und wir haben Giovannis Handynummer. Sehr cool. Ah, let's move. I'm sure the poli... Äh, warum habe ich das jetzt nicht übersetzt? Zu meiner Verteidigung ist es spät. Ähm. Äh, lass uns in Bewegung setzen. Ich bin mir sicher, dass die Polizei in Kürze eintreffen wird. Ähm. Äh, der Boss will dich darin mit ihm. Wir werden den Eingang bewachen. Ähm. Der Boss ist weg, weil, äh, hier war übrigens Rikirok und Giovanni ist gegangen. Deswegen sollte die auch gehen. Avada Kedabra. Ich habe sie getötet. Ähm. Das war komisch. Kelpo. Kelpo, du bist der lebende Beweis für Leben am Limit. Okay, gut. Nächster. Warte. Bist du von Sienatown hierher gekommen? Wie hat es ein Kind hier so weit geschafft? Ich bin kein Kind, okay. Ich bin 19 und ich habe Abitur. Irgendwie. Äh, was hast du denn? Victory Bill. Ah, Sazenia. Es ist ja gut, dass wir Vogel an erster Stelle haben. Das war ein glückliches Händchen. Aber Glück gehört halt auch dazu, ne? Genauso wie manchmal Pech. Ah, Slymog. Wir haben leider kein Psycho-Pokémon. Was ist denn noch so effektiv auf Gift? Leute, es tut mir leid, aber ich weiß echt. Ich habe nur Psycho. Psycho habe ich immer als Giftschwäche. Aber wenn ich weiß, es kommt ein Psycho-Arena-Leiter, äh, ein Gift-Arena-Leiter, dann trainiere ich ein Psycho-Pokémon. Weil, ja. Ja, Lehrer, ich habe... Mein Hund hat meine Hausaufgaben gefressen. Ich konnte meine Typen leider nicht lernen. Ähm... Ähm... Ich probiere mal was aus. Okay, du bist nicht sehr effektiv. Schön, dass wir das geklärt haben. Ähm... Das war nicht so klug von dir. Habt ihr gerade eben den krassen Remix vom Beep-Geräusch gehört? Das war sehr lustig. So, unsere individuelle Steig. Wir kriegen ein Level ab. Das ist auch sehr geil. Damit sind unsere KP's sogar wieder im Gelben. Oh, Feuerschlag. Das ist cool. Dafür können die ja eigentlich... Flame Charge hat halt nur 50 Stärke. Okay, das hat 75. Ja, statt Flame Charge. Können wir ja mal Feuerschlag lernen. Ist, glaube ich, ganz cool, eine physische Feuerattacke zu haben. Du hörst dich nach einem Pflanzen-Pokémon an. Was ist... Kupchu... Ah, Petsneef. Du bist kein Pflanzen-Pokémon, aber... Feuer ist trotzdem sehr effektiv. Chupchu. Ja. Genau, Petsneef. Hätte ich wissen müssen. Okay, gut. Dann, äh... haben wir den Super-Nerd. Er ist kein Nerd. Er ist... Super-Nerd. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Okay. Leute, ich würde sagen, das soll es erstmal gewesen sein. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 2.